Laos, pass auf deine Käppchen auf, dass sie nicht reinfällt. Weil wir die ja nicht mehr rauskriegen. Dann ist sie weg. Na dann, die Erdbähnchen sehen sie dann an. Das ist unwahrscheinlich. Dann wenn ich ein Erdbähnchen werde, wird es anknallen. Sieht lecker aus. Und mir sagt Hallo. 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 Oh, Bähnchen. Oh, Bähnchen. Oh, Bähnchen. Oh, Bähnchen. So jetzt, ah, du bist schwer, Dele. Ah, ich hab's. Ja, dann guck mal noch ein bisschen. Wenn du daran Erdbähnchen verwendest, Hähnchen. So, gehen wir einen Schritt weiter, wir laufen noch ein bisschen ab und ziehen, gucken wir mal. Die Kinder da sind besonders wichtig für die Baby-Bärmlinge.